Hallo, guten Tag, mein Name ist Debrim Göckmann, ich bin 49 Jahre alt, ich wohne in Deutschland, komme ursprünglich aus der Türkei, geburtiger Türke. Ich habe mich vergangenen Februar mit einem Stand von 152 Kilo entschlossen, eine Magen-OP durchführen zu lassen. Ich habe aufgrund von Empfehlungen und Recherchen im Internet Herrn Dr. Hassan Adam gefunden, habe Kontakt aufgenommen mit dem Personal und habe danach festgestellt und für mich auch entschieden, die OP bei ihm zu machen. Ich bin vollauf zufrieden, mein Startgewicht war im Februar 152 Kilo und nach sechs Monaten habe ich jetzt aktuell 106 Kilo. Die OP verlief erfolgreich, die Betreuung des Personals und dem Krankenhaus war super. Was kann ich noch dazu sagen? Ich fühle mich im Moment gerade so wohl, ich bin Herrn Dr. Hassan Adam so dankbar dafür, dass er mir einen neuen Schritt in ein neues Leben ermöglicht hat. Vielen Dank.